Einige von euch haben gefragt, was ist jetzt wichtig für die Liebe, welche Aufgaben sind jetzt wichtig und wir haben zunächst die Botschaft, folge deinen Träumen, folge deinen Träumen, denn sie kennen deinen Weg und vielleicht bekommst du tatsächlich Impulse in den Träumen, vielleicht träumst du schon von deinem Seelengefährten. Mach es wie die Vögel, sei frei, genieße das Leben und welche Aufgabe ist jetzt wichtig? Die Weiblichkeit, nimm deine weiblichen Anteile an, denn du bist eine Königin in deinem Leben, du darfst empfangen und dich hingeben und das erkennt auch dein Seelengefährte, denn er weiß, du bist eine Königin und hier ist die Chance da, die Partnerschaft zu leben, ihr werdet zusammen sein. Diese Verbindung, ja, diese Verbindung wird öffentlich gelebt werden. Glaube an diese Verbindung und hier können alle Träume in Erfüllung gehen. Bleib in deiner Königinnen-Energie und empfange die Liebe.